Mein Name ist Stefan Grabmeier, ich bin Geschäftsführer der Innovation Eventualist. Wir beraten Unternehmen zu Social Enterprise und Innovationsformaten. Und zuvor war ich viereinhalb Jahre verantwortlich bei der Deutschen Telekom für das Thema Enterprise 2. Wir würden jetzt gerne so drei, vier Thesen, die der Peter Kruse hier auf der Zukunftspersonal präsentiert hat, mal auf ihre Praxisrelevanz oder inwieweit sie in der Praxis schon irgendwie ihren Niederschlag gefunden haben, einfach mal befragen. Die eine ist, was Peter Kruse Kernschmelze bezeichnet, dass der Identitätskern, sagt er im Prinzip, einer Firma zerfällt. Die Mitarbeiter sind wesentlich wechselfreudiger, als sie früher waren. Wie kann ein Unternehmen, wie kann eine Abteilung innerhalb eines Unternehmens, was können die tun, damit in einem permanenten Matching-Prozess das, was ein Unternehmen will, was ein Mitarbeiter will, dass das so passend gemacht wird, dass die Leute bleiben. Ich glaube, dass es den Grundrahmen des gemeinsamen Werte-Kanons auf alle Fälle braucht. Ich glaube aber auch, dass die Flexibilität, diese Werte einzusetzen und die mit Individualität aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Geschäftsbereichen, aus verschiedenen, auch in der Organisation Kulturräumen, das zu füllen. Von daher denke ich, dass früher tradierte Konzepte eher auf die Starrheit und auf die explizite prozessuale Umsetzung hingezielt haben. Und dass es zukünftig wesentlich in einem breiteren Rahmen zu sehen ist und mit mehr Individualität auszufüllen. Wie sieht es konkret oder wie kann das ganz konkret aussehen? Das fängt aus meiner Sicht mit Beteiligung an. In dem zum Beispiel, ein schönes Beispiel, wie entwickeln Unternehmen Werte und Leitlinien als ein Rahmenwerk. Das habe ich bei vielen Unternehmen als eine Closed-Shop-Entwicklung erlebt. Wenige Menschen versuchen für viele, ein Wertegerüst zu entwickeln. Und wenn wir dieses Thema Beteiligung und das Annehmen von Werten umsetzen wollen, dann müssen wir genau an diesen Punkten anfangen. Nämlich auch gemeinsam mit Menschen diese Werte und Leitlinien entwickeln, um die Akzeptanz hinzubekommen, um die Vielfalt in der Erarbeitung schon hinzubekommen und um auch den Rahmen zu spannen und auch das Commitment zu kriegen. Also versus Closed-Shop und Kaskadieren hin zu gemeinsam entwickeln und gemeinsam leben. Jetzt hat er auch gesagt, dass durch die zunehmende Vernetzung, durch die zunehmende Vernetzung auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, Kooperationen, sowas zwangsläufig eine Machtverschiebung erfolgt, wie wir sie im Markt gesehen haben, zwischen Anbieter und Nachfragen. Jetzt seine These findet eine Machtverschiebung statt, hin von einer entscheidet alles, dass doch mehrere oder gar viele, so viel als möglich an Entscheidungsprozessen in irgendeiner Form einbezogen werden. Kannst du dieser These folgen? Wenn ja, wie sieht es konkret, ich meine deine Erfahrung bei der Telekom, wie sieht es da aus? Also ja, ich kann der folgen und ich habe die Verschiebungen auch zum Beispiel im Innovationsmanagement gesehen, auch hier wieder zu Beginn, die letzten Jahre und Jahrzehnte zurück, sehr Closed-Shop-Innovationen, in Funktionen wurden Innovationen getrieben, bis zu jetzt Modellen, die modulartiger sind, die viel mehr auf das Thema Partnering abzielen. Und ein Partnering kann verschiedenste Dimensionen haben, ob das wirklich von einer Vertriebskooperation ist, ob das Joint Ventures sind, ob das Beteiligungen sind, also letztendlich mal Ergebnis offen. Aber die Bereitschaft, in diese Modularität einzutreten, das ist für tradierte Unternehmen ein riesengroßer Schritt. Und mit den theoretischen Modellen, die dahinter liegen, müssen natürlich auch die verhaltensbedingten Aspekte einhergehen. Nämlich, Entscheidungen werden verlagert, Entscheidungen werden mit mehreren Beteiligten getroffen und mehrere Beteiligte teilen sich auch ein Geschäft auf und profitieren von dieser gemeinsamen Entscheidung. Und ich glaube, dass genau an dem Punkt, dass in dem Startblock stehen wir gerade, diesen Weg zu gehen, strukturell und verhaltensbedingend. Eine weitere These war, dass er gesagt hat, dass durch die zunehmende Vernetzung, durch die Dynamik, die draußen auf den Märkten vorhanden ist, dass der Komplexitätsgrad einfach steigt, mit dem Führungskräfte zu tun haben und das traditionelle Entscheidungsgrundlagen einfach wegnalten. Es wird alles sehr, sehr viel kurzfristiger, es wird komplexer. Wie geht man damit um als Führungskraft? Auch hier, ich glaube, es ist methodisch und prozessual ein Thema, wie man damit umgeht. Also wirklich die Wege zu verlassen. Und wenn ich große Unternehmen anschaue, wie langfristig Planungsprozesse angelegt sind, also da ist die Planung, ich sage mal, im ersten Review noch nicht durch, dann hat sich die Marktsituation eigentlich schon wieder verändert. Da merke ich momentan noch relativ wenig Bereitschaft, diese risikominimierenden Verhaltensweisen loszulassen. Aber ich glaube, es benötigt es einfach. Wir brauchen, aus einer feinen Sicht sind es einfach die ganzen Budgetplanungen, die in den verschiedenen Geschäftsbeträgen laufen. Aus einer HR-Sicht sind das zum Beispiel auch Performance-Messmodelle oder wie bewerten wir Talentmanagement oder etwas in der Form. Ich glaube, wir brauchen Instrumente, die uns helfen, die Flexibilität aufzubauen. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn wir das Thema Lean Startup anschauen und schauen uns die Instrumente der Corporates an, dass diese beiden Welten und speziell die Corporate-Welt von der Lean Startup-Welt sehr viel lernen kann. Also wie werden halt Business-Modelle gebaut, wie werden Produkte gemacht. Also das Thema Prototyping nimmt immer mehr Einfluss. Und dieses Thema, Dinge zu entwickeln, zu vertesten, aber entweder dann zu bewahrheiten und weiterzuführen oder auch schnell zu sagen, wir verwerfen das Ganze wieder. Diese Eigenschaften mit einfließen zu lassen und die skillmäßig zu lernen, zu erlernen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sehe ich einen großen Bedarf. Und letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, die ersten Ergebnisse von der Studie, die gerade durchgeführt werden, es wurden Entscheidungsträger befragt, Führungskräfte, die haben alle irgendwie gesagt, oder ein Großteil hat gesagt, Führung muss sich verändern. Ungefähr 20 Prozent dieser Leute haben so etwas wie einen Sehnsuchtsraum definiert, dass sie relativ klar sagen, es muss sich verändern, aber haben letztendlich keine Vorstellung, wo es hingehen soll. Wie würdest du denn diesen Sehnsuchtsraum von Führung vielleicht inhaltlich fühlen wollen? Was siehst du da? Also ja, das glaube ich, das merke ich. Und es ist ja schon sehr schön, dass der Sehnsuchtsraum da ist. Also wenn man, ich sage mal, die Lust am Segeln weckt, ist es, glaube ich, dann einfacher auch, das Boot zu bauen, anstelle dem Bauplan für den Boot vorzugeben. Also von daher, glaube ich, ist es der richtige Weg. Ich würde sagen, es ist eine Aggregation. Es ist eine Aggregation von vielen Elementen, die wir erleben. Von vielen aus einer HR-Sicht heraus, von neuen Verhaltensweisen, die wir brauchen, aber auch von den Modellen, wie Geschäfte neu modelliert werden. Also ich kann es beispielhaft so machen, in der Geschäftsmodellentwicklung sind die Business Model Canvas einfach eine wunderschöne Methode, sehr schnell, sehr haptisch, sehr visuell Dinge zu gestalten. Das transportieren wir momentan zum Beispiel auf das Thema Leadership. Das heißt, so ein Instrument zu nehmen und eine Aggregation von verschiedenen Elementen für das Thema Führung zu verproben. Da sind wir noch nicht im Endstadium, das ist jetzt eine Verprobung. Aber ich glaube, genau in dieses Thema müssen wir eintauchen. Und wenn die ein Fünftel, die die Sehnsucht haben, an dem Thema mitarbeiten, dann wäre ich froh, wenn wir solche Menschen auch zusammenarbeiten. Daran werden wir arbeiten. Danke. Danke.